Live dabei zu sein, während die Jahresendrallye beginnt, das ist vielleicht ein ganz spannendes Moment, das mitzuerleben oder ein spannender Moment, den mitzuerleben. Vielleicht ist es tatsächlich der Fall, dass das aktuell hier beim DAX schon der Fall ist. Seit Anfang Oktober sind wir hier schon in einer Aufwärtsbewegung. Ich habe hier mal die Skizze drin gelassen, so wie wir uns das grob vorstellen könnten. Das ist natürlich nur ein Beispiel, sagen wir so, keine Fangfrage, ein Beispiel, wie sich das entwickeln kann. Hier haben wir jetzt das, wie es tatsächlich im Moment jetzt aussieht, ohne die ganze Zeichnung da als Overlay. Und wir haben schönerweise, das ist mir eigentlich lieber dann so, nämlich tatsächlich noch diesen Rutsch gekriegt, dass wir diese Fallen in Hochs und Tiefs haben. Also dieses Tief von heute Morgen ist für einige ein Schock gewesen. Auf der anderen Seite für die Charttechniker, naja, eine Befreiung, wollen wir es nicht überdramatisieren, aber zumindest mal ein gutes Zeichen, denn das zeigt, jawohl, das ist wieder so eine Korrektur, die wir doch ganz gerne hätten. Also diese beiden passen immer noch zusammen, dieses hier und dieses hier. Hier vorne vielleicht die etwas steilere Variante hier, die etwas seitwärts gerichtetere Variante. Also auch für die Freunde der Pattern Alternation, da hatte ich mich gestern nochmal drüber unterhalten mit jemandem, das ebenfalls gegeben. Also das sieht eher seitwärts aus, das ist, weil dieser Kurs ähnlich hoch ist wie der. Der darf auch höher liegen sogar in einer Seitwärtskorrektur. Das haben wir ja immer wieder mal, vielleicht haben wir hier den Verdacht sogar, dass das hier das höhere Hoch dieser gesamtigen Korrektur, die vielleicht da schon angefangen hat. Aber das sind Details, die sind gar nicht so wichtig. Ich glaube generell kann man sagen, diese und diese spielen aktuell zumindest mal in der gleichen Liga und wären dementsprechend perfekt geeignet, jetzt die fünfte Welle nochmal losgetreten zu haben, die vielleicht sogar noch ein bisschen länger ist, als ich das hier gezeichnet habe. Grobe Orientierung dafür, genau, das könnten wir mal gemeinsam machen, ist eine schöne Übung. Und wie weit geht denn so eine fünfte Welle typischerweise? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das ein wenig abzuschätzen. Variante 1, ganz einfach gehalten, die erste Bewegungswelle nochmal nach hinten anzulegen. Ich glaube, die hoch sind ziemlich ähnlich. Nehmen wir das, ist glaube ich einen Millimeter höher. Hier ist das tief aktuell. Das hieße, wenn sie wirklich 1 zu 1 ist, dann würde das sogar reichen 15.855. Vorsichtig, das ist ein Orientierungswert. Das ist kein, so wird es passieren, ich habe es euch immer gesagt, also bitte das nicht so ernst nehmen, aber ihr solltet zumindest mal damit eine Idee haben, über was reden wir hier überhaupt? Reden wir über sowas, reden wir über sowas oder über 8000 Punkte nach oben? Nein, wir reden für eine fünfte Welle, also die Anschlusswelle hier. Komm, jetzt machen wir sogar nochmal Zahlen dazu. Ich weiß, einige mögen Zahlen gerne. 1, 2, 3, eine angenommene vierte hier. Wenn jetzt wirklich die fünfte kommt, wäre das durchaus nicht untypisch. Dass die ähnlich lang ist. Aber das ist ja nur ein Ansatz. Jetzt können wir mal gucken, was gibt es noch, um die fünfte Welle abzuschätzen. Eine andere Methode ist, man misst quasi von diesem Punkt bis zum Hoch, zum letzten, also bis zum Ende sozusagen der dritten Bewegungswelle und zieht das dann dahin. Dann ist natürlich nicht die 1 zu 1 Projektion, denn die liegt dann da oben irgendwo, sondern dann ist es die 3820. Die ist aber ein bisschen zu kurz eigentlich für den Anstieg, gemessen zumindest mal an der ersten. Oder die 61.8er Marke. Und da sehen wir, diese beiden Marken, machen wir das nochmal schöner hier, das geht auch noch besser. Die liegen eng beieinander. Auch das ist kein Argument. Das muss ja da hochgehen, da sind zwei Marken, die eng beieinander liegen. Aber es zeigt, das wäre ein typisches Ausmaß, wenn der Kurs da hingeht. Und an der Stelle werden einige Leute überlegen, machen wir mal langsam, also nehmen wir vielleicht Gewinne mit oder passen mal besonders auf. Also das wäre vielleicht eine entspannende Geschichte. Kommt der Kurs da wirklich durch oder wird er dann auch in dem Umfeld dann entsprechend umdrehen? Wir haben noch mal weitere Möglichkeiten abzuschätzen, wie hoch die Bewegung gehen kann. Nämlich man misst einfach mal die Gegenbewegung. Das war hier eine Gegenbewegung, das hier, die vierte Welle sozusagen. Misst mal eine Extension. Und dann sehen wir, da haben wir auch mehrere Marken. Ein bisschen arg alleinstehend und sehr kurz ist die 127er. Die nehmen wir jetzt mal einfach raus. Dann haben wir aber immer noch zwei Marken hier und nochmal die 261er hier. Also es ist durchaus nachvollziehbar, das wären so diese beiden Bereiche, wo der Kurs eben gerne hingeht. Und wenn man hier die Freunde der Widerstände noch mit ins Boot holt, dann sehen wir, dieses letzte Zwischenhoch ist hier. An der Stelle vielleicht auch das nochmal für den einen oder anderen ein Argument. Und wir können natürlich nochmal von der gesamten Abwärtsbewegung, müssen wir jetzt gucken, dass wir sie auch wirklich haben. Jawohl, also das ist das Hoch hier. Da können wir auch nochmal Fibonacci Retracement von oben runter rechnen. Und dann sehen wir, naja, die brauchen wir nicht mehr, sind wir durch, die brauchen wir nicht mehr. Die hat jetzt hier jüngst da mehr oder weniger gehalten. Und dann haben wir hier noch ziemlich alleinstehend die 78,6er. Ich glaube, die können wir auch erstmal ablegen. Die ist vielleicht nicht ganz so relevant für die Entscheidung. Ich möchte mitnichten dazu sagen, dass der Kurs ja jetzt zwingend bis 15.900 hoch muss oder bis 15.700 und ein bisschen. Das ist diese Marke hier unten. Aber das wären jetzt mal die vorläufigen Zielmarken dieser Bewegung im Sinne einer 1, 2, 3, 4, 5, sehr kurz, 5, normal lang. Es gibt auch verlängerte, aber die wollen wir jetzt im Moment mal außen vor lassen. Also alles, was da oben drüber ist, räumen wir mal auf. Ich mag es immer gerne aufgeräumt. Das sind die beiden nächsten Linien, die spannend sind, falls der Kurs da hochkommt. Wie können wir entscheiden, ob der Kurs da hochkommt? Na, wir können das entscheiden, indem wir natürlich mal genauer hingucken, ob die Bewegung jetzt hier einen Schub nach oben gemacht hat und vielleicht wackelig runterkommt. Denn wir wissen, das, was wir hier im Großen haben, das passiert doch im Kleinen auch immer wieder. Wir hatten das doch letztens besprochen hier auf dieser Ebene. 1, 2, 3, 4, 5, dann hier wackelig runter und danach die Fortsetzung nach oben. Warum soll das hier nicht ebenfalls passieren? Schubbewegung nach oben, vielleicht kommt das jetzt ja. Wir werden das sehen, ob das der Fall ist. Ganz ausschließen können wir auch noch nicht, dass es sogar noch mal einmal tiefer geht, also dass es noch mal so runter geht. Das wäre ebenfalls denkbar. Dann sollte es aber möglichst wenig wackelig hier runtergehen, sondern noch mal relativ zügig. Aber das werden wir dann sehen, ob das passiert. Insgesamt aber alles zusammengefasst, egal ob es diesen Ausflug hier noch mal hingeht, die Chancen, noch mal höher zu kommen. 15.700 als erstes Ziel, 15.000, ich sage mal 850 bis 900, so ganz grob als zweites Ziel. Die sind gar nicht so schlecht für all diejenigen, die sagen, ich möchte da unbedingt mit dabei sein, eine Überlegung. Was gibt es da für Einstiegspunkte? Ein Klassiker, wenn auch nicht mein Lieblings in diesem Fall, ist quasi das Zwischenhoch hier. Warum ist der nicht mein Lieblingseinstieg? Weil wir handeln die fünfte Welle und manchmal sind die fünften auch verkürzt. Und dann ist der halt relativ hoch. Deshalb wäre mein Begehr, in diesem Fall tatsächlich darauf zu gucken, ob wir hier im Laufe der nächsten Stunden sowas in der Abwärtsbewegung bekommen. Dann können wir hier quasi den Schub hoch, das Wackelige nach unten, das Ding hier noch mal nach oben handeln. Sowas finde ich eigentlich immer ganz cool und wäre mein Ziel, da mal drauf zu gucken, ob das passiert. Ganz kurz jetzt noch. Ich will euch damit nicht langweilen. Gucken wir uns den amerikanischen Markt an. Wie ist der denn im Moment geartet? Müssen wir nicht unbedingt auf Minute gucken. Aber wenn wir ruhig mal Intraday so ein bisschen kürzer gucken. Die Abwärtsbewegung ist noch nicht super stark. Wir haben hier viele Gegenbewegungen, die überschneidend sind. Ich bin gewogen zu sagen, das ist sogar noch eher korrektiv. Insbesondere nach diesem 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Das sieht schon sehr dynamisch aus. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn der Kurs vielleicht auch noch mal einmal tiefer geht, aber irgendwie in Kürze wieder weiter Fahrt nach oben aufnimmt. Ihr habt immer im Auge so die letzten Zwischenhochs, wenn ihr die reißt. Dieses Zwischenhoch hier allerdings erst, wenn er noch einmal tiefer gegangen ist. Denn wir brauchen doch feine Hochs und feine Tiefs, damit wir diesen Rhythmus dann auch durchstoßen können. Also da hat sich noch nichts wirklich daran verändert, dass der Markt jetzt massiv auf Schwäche zeigt. Zumindest lässt sich hier nicht erkennen. 15 Minuten Basis. Ebenfalls sehr ähnlich. Auch hier kann man beim S&P 500 sagen, das ist eine Abwärtsbewegung. Yep, ist sie dynamisch oder nicht, vergleicht es mit sowas, vergleicht es mit sowas oder mit sowas. Sie sieht schwächer aus, sieht eher so aus wie dieses hier, sieht eher so aus wie dieses hier. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch im bullischen Modus, können also auch vom amerikanischen Markt eher davon ausgehen, dass es wohl eher noch die Aufwärtsseite ist, die überwiegt. Und das scheint sich durch alle Indizes da zu ziehen. So, jetzt haben wir schon 10 Minuten fast gesprochen. Deshalb mache ich an dieser Stelle jetzt Schluss. Euch alles Gute. Liebe Grüße, viel Erfolg mit den Indikatoren, Indikatoren sei schon, mit den Indizes meine ich natürlich. Und mit im Handel natürlich generell. Euch alles Gute und liebe Grüße. Musik Musik Musik